Hey Internet und YouTube zurück bei ARK, der besten Folge aller Zeiten, äh Folgen und von zukünftigen Folgen und Spielern und Mitspielern und Keys und ich und alles ist super und ihr seid super und ich liebe alles. Ja, ARK, endlich, es geht weiter. Yes. Es war ja ein richtiger Orgasmus. Ah. Oh, Quenny, warum bist du heute so spitz auf ARK? Ich weiß nicht, ich hab die Likes gesehen in der letzten Folge. Ja, da ging dir einer ab, ne? Geht doch, warum muss man immer erpressen und betteln, ne? Ja, echt. Immer muss man die Leute erpressen und sagen, hey, wenn ihr nicht liked, dann ist der Ofen aus, dann kommt Mickey Maus. Was ist hier los? Ich hab ein bisschen was gebaut. Ja, ich hab zu sehen. Aber es da ist noch nicht fertig. Und hier kommen irgendwie Ghoul aus dem Boden raus. Nameless heißen die. Sei vorsichtig, Quenny, sei vorsichtig. Ich versuch's. Die kommen immer wieder neu, wir müssen das Alphatier töten, glaube ich. Weil die kommen aus dem Boden raus. Bring sie um. Das gibt's ja nicht, warum sind die Kleinen so hartnäckig? Ja, weil die super... Oh mein Gott, da hinten. Geh mal aufs Dach hoch. Oh Gott. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Du siehst das, oder? Ach du Scheiße. Alter, was ist das? Oh mein Gott, ich bin ewig weit weg geflogen. Ja, aber extrem. Reiten wir davon? Machen wir immer einen kurzen, äh... Wir machen ein bisschen, weißt du wie, wenn deine Mutter uns besucht. Wir reiten einfach davon. Oh, was ist das hier? Oh, wie süß! Die kommen mit uns her. Oh, schau dir das aber mal an, dass so ein kleines... Die kleinen Scheiß, wie ich ersetze dich an. Okay, okay. Aber da war so ein kleines Ding. Ja, es... Aber es war total süß. Oh, wie wunderschön es hier unten ist, oder? Ja, wunderschön. Hier sind kranke Viecher überall. Warte, hier... Die Schlange leuchtet. Warum ist hier überhaupt eine Schlange? Da drüben ist eine Schnecke. Aber da war so ein ganz süßes, kleines Ding. Ja, jetzt hör auf von meinem... Irgendwelche Dule. Was? Nein! Das war nicht so ein altes, schlappriges, nudliges Ding, sondern... Das war so eine kleine, pelzige Kreatur. Alter, was ist das da? Ein getarnter Drache oder sowas? Oh mein Gott! Das ist ja unsicher. Oh mein... Ich kann nicht mehr. Ich wollte gerade erst begonnen. Was ist das, Quantum? Ich will es haben. Zähm es mir. Ja. Mach mal. Na los. Alter. Alter, das Vieh ist krass. Das ist getarnt. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Quenny, was machen wir? Was ist der Plan? Ich habe hier gerade einen Nameless. Wo bist du hin? Ich bin runter zum Wasser. Ich bin runter zum Wasser. Aber das Vieh lässt mich nicht in Ruhe. und es ist superschnell. Quenny! Ich habe hier... Keine Nameless-Dinger hier. Dann töte sie. Hilfe! Ach, Level 300. Bin ich hier los? Okay. Ich komme hier nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier los? Alter, hier sind ja nur... Ich weiß es nicht. Ich kann keine 10 Meter gehen. Mach diese Nameless-Dinger tot. Ich will aber nur meine Ruhe. Wo bist denn du hin? Wo bist denn du hin? Wo ist es weg? Weg ist... Wo ist es weg? Oh, ich mache gerade Ruhe. Ja, aber wo bist denn du jetzt? Ich weiß es nicht. Ne. Oh, sie sind wieder hier. Okay. Ich bin bei den Käfern. Was ist denn jetzt? Was denn? Warum habe ich hier... Oh mein Gott. Was ist das? Ich hänge im Stein. Quenny! Oh. Ich gehe wieder nach Hause, Alter. Das ist mir zu heftig hier. Das hat keinen Sinn. Ich gehe nach Hause und mache mich frisch. Dann komme ich wieder. Warum? Was? Oh mein Gott. Was war das für ein Mega-Lag? Was ist denn da los? Ach du Scheiße. Quenny, ich sehe nichts. Ich bin auf einem Trip. Und ich stecke ihn. Viechern. Quenny! Ich kann nicht. Ich weiß nicht, was hier absteht. Hilfe! Ich verliere Leben. Ich bin auf einem Trip. Was war das eben gerade für ein Mega-Lag? Bitte. Ich will nicht mehr. Ich bin nach Hause. Ich gehe heim. Ich gehe jetzt heim. Oh Gott. Ich verliere Leben und Leben und Leben. Ich bin vergiftet. Toll. Dieses Vieh lässt mich nicht in Ruhe. Das ist irgend so ein gefiederter Drache, der giftig ist. Oh Gott. Ich gehe drauf. Ich gehe drauf. Renn weg. Es hört nicht mehr auf. Renn weg. Ja. Nein. Was ist das? Er hat mich runtergestoßen. Oh nein. Er hat mein Vieh gepackt im Maul. Nein. Er zerfleischt mein Vieh. Er hat es im Mund. Er hat es im Mund. Lass es los. Er hat mein Vieh im Mund. Er lässt mein Vieh nicht los. Zu Hause? Nein. Er hat es im Mund. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja. Er hat mein Vieh im Mund. Ja. Ich weiß, dass er es im Mund packt. Ich bin tot. Ich bin umrechtlich. Nein. Oh mein Gott. Er hat mein Vieh im Mund. Ich bin umrechtlich. Er hat Teufel im Mund. Und ich bin tot. Er frisst Teufel. Ich kann nichts machen. Rock Drake. Was ist denn das für eine Vieh? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warum wohnen wir hier? Warum wohnen wir hier? Ich weiß es nicht, was du hier gemacht hast. Hilfe. Ich stecke den Stein fest. Ich komme nicht weg. Was ist denn das für eine Unterweite? Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich bin tot. Teufel ist tot. Juppi. Super. Mega gut. Bester Folgenanfang. Und kein Bett. Geil. Es sind noch zwei Betten. Jetzt geht es. Das eine war noch belegt. Ja gut. Und damit sind die Viecher. Adios. Beide? Der Teufel ist weg. Ich weiß nicht, was mit deinem jetzt ist. Der Teufel ist meins. Wo ist deins? Ich weiß es noch nicht. Ich bin ohnmächtig geworden. Ich wurde vom Tattel geschmissen. Und hier so ein Teufel hier vorne. Oh Gott. Das gibt es doch nicht. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Was ist der Plan? Da hinten sind Zahlen. Da hinten sind Zahlen. Vielleicht kann ich es retten. Bitte, bitte, bitte. Vampirella. Vampirella ist hier, ja. Ich will doch nur drauf. Nee, 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 nee. Kommt sie mit, kommt sie mit, kommt sie mit. Oh Gott. Oh Gott. Fuck, ich komm nicht an sie ran. Ich mach sie passiv, dann läuft sie. Ich hab sie passiv gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist hier passiert? Was ist los? Was ist, was ist denn hier gesessen? Wo denn? Ein Drach. Oh Gott, ist da ein Drach. Oh Gott, rennen. Ich kann nicht mehr. Ich halte das nicht aus. Renn, renn, renn. Oh, guck mal, das ist wie dieses kleine Schaf. Oh, wie süß. Was ist das? Das ist ein Einhorn. Das ist ein Einhorn. Ein Baby-Einhorn. Wo ist Vampirella? Ich hab sie. Ich hab sie. Krass. Oh mein Gott. Quantum, wir müssen Waffen bauen. Was ist das für eine Psychiobattie? Was? Jetzt ist mir plötzlich kalt. Mir ist kalt. Ich hab Drogen in meinem Blut. Ich will nach Hause. Oh Gott. Aus dem Weg. Nein, jetzt sind wir dieses. Was soll ich denn machen? Oh Gott. Geh da rein. Ich mach die Augen zu, dann sind sie zum Schnee, okay? Ja. Okay, ich werde jetzt gleich sterben, ja? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das beißt hier durch, oder? Hier ist alles kaputt, oder? Okay. Ich weiß es nicht. Geht es weg? Ignorier es einfach. Einfach ignorieren. Wie geht's da? Ich kipp gleich tot um. Du dampfst. Du dampfst. Oh Gott. Atme ja nicht meine Dämpfe ein. Okay, jetzt haben wir kein Bett. Wir brauchen, kannst du ein Bett bauen? Geh mal in die Werkbahn und guck mal, ob du ein Bett bauen kannst. Dieses Vieh schlägt überall durch. Ja, was denn jetzt? Da vorne. Ah, das ist doch wirklich, also, Quenny. Das ist doch eine scheiß Gegend. Fasern, Holz, Leder, Stroh. Das müsste drin sein, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne. Fasern, Holz, Leder. Bett, ja, ich baue ein Bett. Stell es direkt neben dran, dann spawn ich dort. Okay, ist das Vieh immer noch da? Ja, ja, natürlich. Okay, ich versuche es wegzulocken mit Wampi. Bett habe ich gebaut. Okay, warte. Ich kann es nicht auswählen, weil jetzt so ein dämliches Kreuz... Doch, jetzt. Respawn by Bett. Oh Gott. Okay. Ja, eine Million Likes, oder, eigentlich? Für das Elend hier? Absolut. Trost, Trostlike. Rauf extra. Wo ist er denn? Er ist weg, oder? Ich weiß es nicht. Ja, nicht, nicht, nicht rausgehen. Jetzt ist er hier. Jesus Christ. Ja, er ist wieder hier. Okay, warte, ich versuche ihn zu locken. Komm, ich bin hier. Hol mich. Das sieht aber geil aus, das Vieh, ne? Ja, es ist schön. Interessiert mich nicht, ob es geil ist. Das ist mega geil, oder? Wenn das Zweck ist. Was für ein Level hat er denn? Level 40, ich meine jetzt tot. Bring dich um, du scheiß Vieh. Mach ihn kalt. Für Teufel. Alter, wir brauchen so einen Drachen. Mein Leben hat keinen Sinn ohne diesen Drachen. Es stirbt gleich. Noch ein bisschen. Ja. Er hat kein Essen gegeben. Er hat sich einfach nur aufgelöst. Oh, oh Gott. Was? Das ist ein riesiger Tausendfüßler. Hinter dir sind die Dinge. Oh mein Gott. Man nimmt das denn hier mal ein Ende. Oh Gott, die machen richtig viel Schaden. Die machen richtig viel Schaden. Dach. Wie heißt dieses Ding? Kann man keine Dächer bauen? Haben wir nicht genug? Ceiling. Dealing. Also Herstellung. Stein. Dealing. Stein Dach. Habe ich jetzt endlich mal in der Ruhe? Er ist drin. Er ist drin. Was, er ist drin? Hier kann niemand drin sein. Hier ist er doch drin. Reche mich. Er soll weg gehen. Kann man den zähmen? Kann man den zähmen? Warte mal. Mach ja noch nicht alles zu. Ich habe eine Idee. Wir holen uns doch so einen Teufel. Ich jage in die Rampe hoch. Er fällt hier rein. Wir haben doch gar nichts zum Betäuben und nichts. Warte mal. Warum ist hier ein Schmelzofen jetzt kaputt? Ja, weil der durchschlägt. Ach, scheiße. Ich gehe jetzt schlägt nicht die Wand durch. Scheiße. Wir brauchen eine extra Wand noch einmal. Also es ist doppelte Absicherung. Es steht alles zu knapp. Ganz langsam sind die Betten. Die Betten sind auch fast nah. Die können wir alle abreißen und neu machen. Warte, ich mache sie neu. Wir brauchen eine extra Schutzwand. Wir müssen höher bauen. Metall. Vielleicht was Metall bauen. Ja, Metall bauen. Ja, Metall bauen. Ist doch gut, Metall, oder nicht? Ja, ist schnell. Würde ich auch sagen, aber... Ne? Definitiv Metall. Was machen wir für ein Bett alles? Haben wir nichts. Mal wieder haben wir nichts. Wir haben doch gerade erst angefangen. Hallo? Aber ich gehe mal ein bisschen gucken, ob ich hier ein bisschen Fiber holen kann. Ich will überhaupt nicht mehr gucken. Ich will ab und zu nur meine Ruhe. Ich muss Fibern. Warum ist denn der aber aktiv? Damit er uns hilft in der Not. So. Also jetzt kommt er mit dem Viech nicht mehr raus. Achso. Ja, ja. Da muss man rausspringen. Deswegen habe ich ja gesagt, lass offen. Mach das Vieh da draußen mal tot. Das nervt. Warum stirbt das denn nicht? Oh nein, jetzt bin ich wieder... Wer macht denn das? Die Pflanzen. Aber welche? Erfrierst du jetzt? Erfrierst du? Ja, ja. Irgend so... Ich glaube, die hier. Die Dinger hier. Es kann nicht sein, dass das Vieh so viel aushält. Der hängt mehr aus, als diese riesige Drache. Ja! Der verreckt... Einfach nicht. Endlich. Oh Gott. Albtraum. Alles hier ist ein absoluter Albtraum. Ich will jetzt noch so einen Teufel jagen gehen, bevor wir da oben zumachen. Oh Gott, 90 Sekunden lang. Moment, ich baue Betten gleich. Weil im Moment haben wir kein Bett. Welche blöde Pflanze ist das? Kann man die abernten oder was? Ich weiß es nicht. Und die hier. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder auf diesen komischen Trip. Ja. So kennt man ihn. 70 Sekunden, ja. Das kann man gar nicht aufhalten, oder? Nö, nö. Ich glaube, wenn es dich erwischt, ist es vorbei, ne? Ja. Ja, ja. Ja. Wenn es dich erwischt, Ende. Deswegen brauchen wir richtig viele Betten. Wenn ich mich neben der Schmiede hinstelle, wo es warm ist, ne? Ne, ne. Das ist der kalte Tod. Heroin halt, ne? Der Zauber. Ja. Oh mein Gott. Soll ich hier die Haare schneiden? Nein, ich weiß nicht. Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum deine Leiche wieder lange Haare hat? Das gibt doch gar keinen Sinn. Und da fällt er um. Da ist das Wahnsinn. Guck mal, der hat noch richtig viel Zeug, der Mann. Weil ich ein paar Dächer gemacht habe. Oh mein Gott. Mach direkt noch zwei Betten. Du, 20 Betten hier. Ja. Ein eigenes Abteil, nur mit Betten. Ja. Wir müssen auf jeden Fall aufrusten. Time to say goodbye. Damit willst du die Tiere verjagen? Ja. Oh, ich habe noch Fleisch aus dir rausgeschlagen. Wow, ich war noch nicht mal richtig tot. Du hast schon eingeprügelt auf mich. Direkt rausholen, ne? Solange es schmeckt. Das ist krank. Kennst du die alte Indianerregel, oder? Ne, das habe ich noch nie gehört. Ne, ne, echt nicht. Alter, haben wir viel Kiten. Hast du, das ist wieder von deinem? Kiten haben wir wie blöd. Cherokee, ja. Chef in Dama. Fanclub. Ne, das habe ich von meinem Cherokee-Papa. Ich bin eben sehr naturverbunden, weißt du? Ne, ich verstehe. So, ich gucke, ob ich hier noch einen Teufel finde. Wie ein Teufel. Da hinten ist auch ein Teufel. So, 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 so ein Vieh halt. Ja, was hat mir für ein Level? Was willst du denn mit dem Vieh? Level 320. Ach, zum Reiten. Ich habe kein Reit hier mehr. Wir haben kein Leder mehr. Ich habe kein Werkzeug hier herstellen, um Metall abzubauen. Wir haben noch Drogen. Ein bisschen was. Alter, du kommst nicht weg mehr. Oh mein Gott. Oh mein. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh Gott. Wir müssen die Schmiede reparieren. Die ist fast kaputt. Wie kann man die denn? Da gibt es nur das. Fehlen das Material zur Reparatur. Totalbahn, Stein, Holz, Leder. Bevor die Schmiede kaputt geht. Über unser Haus krabbelt ein riesiger Krabbler. Ne, du kannst ja nichts angreifen. Du gehst drauf. Ne, ne, jetzt hänge ich hier auch noch. Okay, das nächste Vieh stirbt gleich. Ich kann mich nicht bewegen. Nein! Oh Gott, es krabst mich durch die Ding. Das ist doch echt, also. Es krabst mich durch die Ding. Oh mein Gott. Das, ich kann, ich will da machen. Warum muss das immer so sein bei uns? Oh Gott, der macht die Schmiede kaputt. Ich sag's dir. Wir brauchen Leder. Dann lock ihn doch weg. Ja, lock ihn weg, sagt er. Bäm, ich boxe ihn hier. Nein, lass das Haus in Ruhe. Scheint zu funktionieren, oder? Ne. Er steckt im Haus fest oder sowas. Er geht nicht weg. Ich gehe hier gerade drauf, weil mich ein Alpha-Weibchen 320er zerfickt. Wenn man das mal so sagen darf. Okay, ich konnte ihn weglocken, wenigstens vom Haus. Wir müssen unbedingt... Was ist unbedingt? Wir brauchen Tiere. Starke, tödliche Tiere. Ein Metall. Okay, ess ruhig, ess ruhig. Er ist nur ein paar Meter vom Hause fern. Okay, aber hier, ich bin fast tot. Hier ist so ein Vieh, das... Komm doch aus dem Wasser raus, hier. Kann ich nicht. Dieses Ding lässt mich nicht in Ruhe. Mit allem drauf, was ich hab. Aber es... Oh, jetzt. Wo ist es hin? Ich weiß nicht. Habt ihr weg, oder? Oh Gott, mein Vieh... Ja, aber ich mach's tot. Leder, 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 Leder. Ja, 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 ich bin ja dran. Oh, ist tot, ist tot. Ich kann erst mal reparieren jetzt. Leder. Betten und das Schmiede reparieren. Wo ist das Grappending hin? Das ist jetzt weg. Das ist gleich da hinten irgendwo, glaube ich, oder? Ja, da hinten. Egal, es ist weg auf jeden Fall. Okay, okay, wir haben... Sind die Betten auch beschädigt? Bett, Bett... Hast du die Betten schon repariert? Ich hab neue gebaut. Achso, einfach neue. Nee, die Betten sind... Okay, aber die... Die Schmiede ist... Okay, wir müssen... Wir müssen Metall bauen. Wir müssen Metallwände bauen. Und keine Fenster. Anscheinend sind die Fenster... Ja, kommt. Ich glaub's nicht. Nein, schnell, 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 die Schmiede. Ja, ich... Mach schon Sachen rein. Hier, Kalken... Ich buchse ihn. Ich lasse... Unser Haus und meine Familie. Okay, ne, Familie ist überdreht. Aber... Hey, was wollen das? Wenn du... Wenn das Haus brennen würde, wen würdest du retten? Mich? Ich schmiede. Wo ist denn jetzt beim Pirella schon wieder? Rausen. Was ist denn hier? Ich bin in der Luft. Warum stirbt das denn nicht? Ich kann ihn nicht ablenken. Mach doch irgendwas. Er steckt in mir drin. Warum? Oh Gott, da kommt noch ein Krabbler. Was? Da kommt noch ein Bruder. Er hat einen Bruder? Ja. Nein, warum? Wo ist Vampirella? Was macht Vampirella denn? Oh Gott, sie greift... Den haben wir ja auch gesiebt, wie es... Oh. Oh, er hat mich aufgehoben. Au. Das ist mich. Wir brauchen diese Krabbler. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, so schnell... Du bist witzig. Was ist denn jetzt schon wieder? Komm doch nicht zu mir her. Er hat mich auch hochgehoben. Versuch ihn abzulecken, aber er... Ich kann doch nicht. Ich seh doch nicht mal was. Das interessiert sich nicht. Oh. Ich hab einen getötet. Der war nur Level 20. Jetzt mach ich fertig. Ja, was? Ich bin fast tot. Nimm doch Vampirella. Der hat Vampirella voraufgehoben. Warum ist es nur Geschrei? Die Folge besteht nur aus Geschrei. Das ist nur elend. Und tot. Ich seh nichts, Alter. Ich schweb im Stein. Der ist Level 60. Dann schaff ich. Komm, geh rein, dann doch. Ja, aber ich... Normal auch... Oh, okay. Oh, Gott. Die geben Polymer, by the way. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wir brauchen Zement. Wir brauchen so'n... ...Mörtel. Der ist voll mit Poly. Ja, ja. Okay, gleich hier. Betäubungsdinger brauchen wir auch. Oh, Gott. Was ist hier los? Leder. Schränke. Wir brauchen Schränke. Schränke, ja. Wir brauchen Metalldinger. Wir brauchen alles. Ja, das Vieh ist randvoll mit Poly. Ach, gibt's keine Fasern mehr jetzt? Wie? Doch, draußen. Wir brauchen Kristalle. Wenn ich irgendwo Kristalle noch organisieren könnte, könnten wir direkt hier so'n Ding bauen, so'n Fabricator. Was dann gleich drauf geht, ne? Wieso? Das Ding ist super robust. Ist aus Metall. Aber wo krieg' ich jetzt Kristalle her? Ja. Fragen über Fragen. Und wir brauchen irgendein Vieh. Irgendein Kämpfer. Sonst haben wir ja gar keine Chance. Nochmal so'n Wolfsgedöns. Ich hab' auch hier Pfeile. Aber hier ist ja nix. Wo ist denn jetzt eigentlich dieses komische Einhorn-Baby, wo ich gesehen hab'? War das ein Fiebertraum, oder war's wirklich da? Ich weiß es nicht. Oh Gott, da hinten ist eben so'n Riesenvieh. Geh bloß weg mit Riesenvieh. Okay. Wo ist denn das Einhorn? Ich will doch nur dieses kleine, süße Einhorn-Dings. Wie kann man den denn jagen? Level 80. Was bist du denn überhaupt? Hier ist so'n Mulch. Haben wir grad'n Leck? Ja, ne? Wir haben'n Leck, oder? Quanny? Haben wir eben grad'n Megalack gehabt? Hat war immer nicht repariert, ja. Wir hatten eben Megalack, oder? Hörst du mich? Ich hör' dich! Ja, keine Ahnung, eben grade hat's sich so angehört, als... ...hätte der... ...Grabes die Leitungen durchschnitten. Was denkst du, wie man so'n Vieh zähmt, so'n Grappending? Keine Ahnung. So, ich operier' die Schmiede. Okay, Halleluja. Ich hab Kristalle hier drüben. Ja, okay. Okay, okay. Ähm. Och, nö! Nicht, nicht. Ich will kein Och, nö hören. Schon wieder so'n komisches Vieh. Kein Och, nö! Was ist das denn hier? Nameless Terror. Ja, Terror ist es tatsächlich. Lässt mich nicht in Ruhe. Was wollt' ich denn... Wo ist denn der? Ey, das ist die schlimmste Gegend überhaupt. Ich glaub' nicht, dass die Gegend fürs Wohnen gemacht ist, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, da. Der Vermieter... ... ... ... ... Ist der Teufel persönlich. Wie kommen wir hier wieder raus? Also... Schon mal daran gedacht? Ähm. Nun. Nun, solange darin leben, bis wir irgendwas finden, was gleiten kann oder fliegen kann. Und dann... ... ... ... ... ... Ich glaub' das ist der Trick, oder? Tja, ich weiß es nicht. Tja, wie bekommen wir jetzt noch ein Vieh? Ja, wir haben jetzt nur ein Vieh. Ja, zwei. Mörtel hier. Gleich mal für die... Das Fleisch rein, dann brauchen wir... ...Täubungs... ...Huntergesetze müssen wir umgehen. Ne, Fleisch... ...ja, verrottet... ...Gammelfleisch ist genug hier. Von dem Vieh. Ja, Gammelfleisch haben wir genug. Oh, ne. Was ist da hinten? Holz mehr. Wo krieg' ich jetzt ne Beere her? Hier drüben. So, magst du Beeren, ist halt die Frage. Ja. Ja, du doch nicht. Erdbeeren. Achso. Du kriegst nix. Ach, jetzt werd' ich hier schon wieder angekl... Ne, 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 ne. Nein! Nein, 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 nein. No, no, no. Alter, du kannst hier nicht spielen, weil dauernd dieser Terror kommt. Warum höre ich Musik? Ich will keine irgendwelche komische, gefährliche Musik hören jetzt mal. Willst du ein paar Viecher haben? Hast du Bock? Weil, wie, nein? Killerviecher? Was meinst du? Die Zehnte? Ja. Ne, ne, so zum Spielen für dich. Ne, 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 ne. Ich kann sehr gut mit mir selber spielen. Das, das stimmt. Oh mein! Nicht, nicht hierher bringen. Da ist so ein komisches, kleines, süßes Schaf-Dings. Na gut, die Folge ist vorbei. Ich würde sagen, wir gehen ins Bett, oder? War genug für heute. Morgen eine Doppelfolge vielleicht, wenn die Kinder nochmal so kräftig liken. Ja, könnte, könnte gut passieren. Na gut, ihr habt den Mann gehört. Jetzt steht es hier so nameless vor der Tür. Die nameless-Schande. Aber ich verkaufe nichts. Oh, da kommt sein, da, da kommt der Nächste. Jetzt kommen wieder alle hier. Ach, ich. Wenn wir das überleben. Bis zur nächsten Folge. Ne. Jetzt stehen sie vor der Tür. Wie kommt denn der rein? Wie ist denn der reingekommen? Na ja, da oben ist ein Loch im Dach. Ja, du sagst, das ist, das ist Loch da. Ja, super, jetzt ist der hier dringend. Hallo. Als Schutz, Schutz, Mann. Also, wir werten für mehr Elend und geschreien. Und wenn ihr haben wollt, dass wir uns so eine Krabbe holen, dann schreibt, ja, Hashtag Krabbe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, wir brauchen ein Dach. Jetzt macht so. Ja, was denn? Ich habe noch keinen Dach. Töten den. Mach's doch tot. Wieso? Was hält dir aus, der Kleine? Das gibt's ja nicht. Endlich, oder? Ja. Eben. Hier vor seinem Kumpel zerfleischt. Ey, was ist da drin? Venom. Vielleicht kann man sich damit einreiben. Nameless Venom. Warum werdet ihr immer durch die Wand... Okay, ich mache einen Zaun in der Nähe. Ich habe mir eben gerade so ein Zeug. Ich trinke hier gerade so Gift. Vielleicht bin ich jetzt immun. Jetzt kommst du da runter. Warte mal, bin ich immun? Bin ich immun? Nee, bin ich nicht. Und es bebt. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.